Ich verstehe immer noch nicht, warum es heißt TDM. Ist doch überall und ständig ein Team-Deathmatch. Wird man sich wohl was bei gedacht haben. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Wenn IQ nicht Monika Weiß heißen würde, könnte man sagen, IQ sind deren Initialen. Ihr müsst die Geisel finden. Isabella Qualiarella. Ich habe gerade gelesen, im Let's Play Forum backt jemand Papageienkuchen. Ich frage mich, ob ich davon kosten soll. Lieber nicht. Da ist das Klo, da ist keiner. Guck mal, hier ist ein Stacheldraht. Hallo, hallo Herr Stacheldraht. Hast du das heute? Naja, er ist so durchlässig. Ich will auf so einer Rinne hier. Was ist das, so eine Rille? Hä, warum? Ich hoffe, der Fuse ist nicht die Geisel. Hauptsache du machst dem Fuse nicht die Fenster auf. Das ist ja ganz traurig. Alle Außenkameras kaputt. Das ist tot. Und klang ungesund. Und klang ungesund. Ich gucke Richtung Bad. Da kommt was und ist tot. Ziemlich viel Gestörsender hier. Und? Ist Rollen gerollt? Super. Störsender zu Stück. Toll. Oh, da geht's. Oh, da stand. Ach, scheiße. Doc ist direkt bei der Geisel. Okay. Weißt du, ob da noch mehr drin sind? Hm. Ich fahr mal vor. Okay, Doc ist tot. Ich fahr mal vor. Im Raum selbst hinterm Tresen ist Störsender, Mann. Also hier dahinter. Und der andere ist draußen. Was? Hä? Von der Treppe runter. Jetzt kommt er zurückgerollt. Mist. Ja, sie weiß auch genau, dass ich da bekomme. Es bleibt doch mal drin. Rechts, rechts, rechts. Rechts. Der weiß, dass ich hinten hocke. Geh nach raus. Eins, zwei, drei. Oder ist eins, zwei, drei. Psch, 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 psch. Ja, da war was. Da war was. Mist, da war was im Dunkeln. Ach, Kacke. Ey, ich kotze mich aber an, dass meine Candelas wieder rausgekommen sind, die ersten beiden. Da musst du die mal richtig werfen. Ja, Bummerang-Effekt. Die mal richtig werfen. Mensch, hättest du es mal eher gesagt, ey, dann hätte ich sie ja richtig geworfen, aber so. Ey, wirf doch mal richtig, ey. Ach, Mensch, ey. Okay. Aber Ying ist ja eine Frau, die können nicht werfen. Aber schmeißen könnte sie. Nee. Drei umgebracht. Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigen. Mal gucken, wer wo nichts zu macht. Da warte ich erstmal ab. Mach dazu, wie ich mir gewesen sei. Da war dazu. Ist das denn hier verstanden? Der steht gut. Der steht kacke. Ja, kommt die, ah, kommt die doch vorbei, Mist. Ja, klar, kommt die daran vorbei. Ach nein, Mira, was machst du denn? Ah, in der Pappwand, ihr Fenster. Kann ich das Fenster nicht umranden mit meiner Verstärkung? Oh, Mann. Und da auch wieder in der Pappwand. Na, Level 24, okay. Das ist eine Minimal-Erklärung. Ja. Nein, Mann, wieso gerade jetzt wieder? Komm, hier, die Zwitschrohne bei mir. Mann. Gibt's doch nicht. Ich hasse es. Mann, ey. Ja, wieder oben, wo nichts ist, Alter. Toll, ey. Gott. Das. Nur ein kleiner Klicks. Geht aus der Kamera raus, du Idiot, den du nicht bewegst, ne? Ja, und er sieht die Claymore und rennt rein. Oh Gott, er hat alle bereit. Ach, stimmt ja, da war nicht zu nah dran. Ach, kacke. Das war zu nah dran. Mist. Was? Okay. Ich bereite ihn ab. Ja, im Bad. Mera schafft er schon mit ihren 21 Leveln. Die macht sich da, glaube ich, die eine Wand gleich auf. Ich glaube, die Wand ist offen. Links gehen. Die kommt jetzt bei mir an. Ja, dann guck doch da alle auf die Tür. Happy Amin, das reicht mir schon. Doch. Na, du bist nicht schnell genug drum. Drum. Der Schlitz hat geholfen. Der da. Ich gebe mein Ying noch eine zweite Chance. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Könnt ihr nicht? Oben. Bestätigt. Die Geisel wurde lokalisiert. Kann man wieder nicht drunter fahren. Das ist zum Kotzen. Bei dem anderen Bett geht das auch. Bei dem... In der kleinen Ecke. Noch 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Geisel entdeckt. Alle Außenkameras kaputt. Geisel entdeckt. Er schreit. Schreit. Ach. Entdeckt. Ach. ein gegner verbleibt kommen sie mit kleine geisel kommen sie mit so sie 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 Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sicher. Oh Mann, wir wollen hier auch mal gucken, wo die ihre Fenster wieder macht. Macht doch schnell die Wände zu, anstatt da rumzustehen. Ja, das kriegst du ja nicht aus dem... Soll ich ja welche anbringen, bloß aber halt richtig. Ja, dann mach doch halt zu. Nein, deswegen macht es das anders. Komm, man schmacken. Ich fress dich. Komm, geh weg hier. Es bleiben fünf Sekunden. Geht bereit. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Ich mach's nicht. Hoffentlich haben sie nicht EMP-Mann. Dann geht gleich wieder. Oh, schütt mal. Okay. Montagne. Hast du deine Kappkamin an der großen Tür? Nein. Der Miet macht Luke auf. Mir ist zu spät geschossen. Ist direkt über mir. Ist er offen? Ja, Luke ist offen. Die können ja reinhüpfen. Und die Decke ist halt in der Ecke auch offen. Meine ich die Luke, die Wand. Nee, die Wand ist zu. Nur Luke. Hä? Was ist das? Ach, von oben jetzt. Von oben schießt er durch. Vorsicht. Ah, das blödlich war markiert. Ähm, Haupteingang jetzt. Bann, ähm, Termit. Am Versammlungsraum. So, hallo. Nur noch ein Gegner übrig. Das Blitz. Boah, hätte auch zu schießen müssen. Ist doch nicht etwa von hinten Messern. Bist leiser gehen. Vorsicht vor dem Loch oben, ne? Rechts von dir liegt auch im Gang ne Gummi, ne? Geh in die Ecke, das schafft er nicht mehr. Geh in die Ecke. Zeit abgelaufen. Ja, dann hätte er uns umgebracht, hätte er auch nicht mehr geschafft. Hätte er euch umgebracht, dann wäre es vorbei gewesen. Hat er trotzdem nicht mehr geschafft. Ne, hat er nicht, aber hätte. Er hätte aber nicht geschafft. Hm, ganz schön riskant von einem, von dem ich immer höre, ja, geh doch zurück, geh doch zurück, er hat doch keine Chance. Hm, also, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, tschüss.